Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man seinen Gasanbieter über Check24 ganz einfach und vor allem auch sicher wechseln kann, um einfach jährlich bis zu mehrere hundert Euro einsparen zu können. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal klicke ich am besten direkt unter dem Video auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zur Gastarifwechselseite von Check24 zu gelangen. Und hier kann ich jetzt einfach mal meine Postleitzahl eingeben, das stimmt soweit. Und hier hinten meinen jährlichen Verbrauch. Diesen findest du übrigens normalerweise auf deiner letzten Gasabrechnung und wenn du den Wert nicht hast, dann kannst du es auch wie ich hier machen, dass du zum Beispiel angebst, ich habe eine 100 Quadratmeter Wohnung und dann wird hier nämlich ein Durchschnittswert von Check24 auch verwendet, der relativ nah an den richtigen Wert hinkommt. Und dann einfach mal hier rechts auf Vergleichen klicken. Nun können wir hier unten schon einige verschiedene Anbieter sehen, doch ich möchte noch ganz kurz hier oben auf die voreingestellten Filter darauf eingehen. Diese sind normalerweise schon relativ verbraucherschutzfreundlich, also ich würde sie so erst einmal lassen. Das einzige, was ich persönlich immer gerne abendere ist, dass hier wirklich nur Biogas und Klimatarife angezeigt werden. Diese sind normalerweise nämlich eh auch die günstigsten. Da ich meinen Gastarif jetzt jährlich wechsle, um einfach jedes Jahr den Neukundenbonus zu ergattern, lasse ich auch hier den Haken bei Sofortbonus und Boni bis 15% einberechnend drinnen, was ich dir auch wirklich nur empfehlen kann. Aber wenn du doch sagst, du möchtest jetzt einmalig nur wechseln und dann einfach die nächsten Jahre nichts mehr machen, dann würde ich diesen Bonus hier nicht mit einberechnen. Doch bei mir passt es ja, weswegen ich hier den Haken bei Ja lasse. Wenn wir auf der Seite noch etwas weiter nach unten gehen, können wir hier einmal unseren Grundversorgungstarif sehen. Dieser wird auch immer preislich mit den anderen Tarifen jetzt verglichen. Und noch als Hinweis, falls bei einem Wechsel wirklich im allerschlimmsten Fall mal irgendwie etwas schief gehen sollte, was bei mir übrigens noch nie der Fall war, dann gelangst du automatisch in diesen Grundversorgungstarif zurück. Diesen kannst du jede zwei Wochen kündigen, also gar kein Problem, weswegen du auch überhaupt kein Risiko beim Gasanbieterwechsel hast und du zu Hause nie im Leben irgendwie mal im Kalten sitzen müsstest. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal die verschiedenen Tarife an. Die ersten zwei, die wo so leicht blau markiert sind, würde ich persönlich immer überspringen, da es sich hier einfach um Werbeanzeigen handeln und diese somit nicht die besten für dich normalerweise sind. Und dann können wir hier unten auch schon starten bei der Eins. Ich persönlich achte beim neuen Gasanbieter immer darauf, dass es natürlich ein relativ günstiger Vertrag ist und vor mir auch schon einige Kunden sehr zufrieden gewesen sein sollten. Also hier 1.288 Kundenbewertungen mit etwas über 4 Sterne, schon relativ gut. Doch wenn hier zum Beispiel nur 50 Kundenbewertungen wären mit etwas unter 4 Sternen, würde ich sagen, dass es sich um einen relativ neuen Tarif handelt und den würde ich dann erst einmal überspringen. Hier unten 2.000 Bewertungen mit etwas über 4 Sterne, da klicken wir auch mal drauf, um genauer hinzuschauen. Und wir können sehen, eine Weiterempfehlungsquote von 79%. Aber was mir hier auffällt, ist, dass im Verhältnis die Ein-Sterne-Bewertungen doch relativ dominant sind. Aus diesem Grund möchte ich den jetzt auch erstmal nicht haben. Ich schaue noch etwas weiter. Wattenfall haben 22.000 Kundenbewertungen. Hier sieht man auch schon wieder über 4 Sterne, da klicke ich nochmal drauf. Weiterempfehlungsquote von 90% und die Ein-Sterne-Bewertungen sind im Vergleich jetzt zu dem Tarif davor auf jeden Fall im Verhältnis weniger. Aus diesem Grund würde ich auf jeden Fall für den Tarif entscheiden. Ich kann hier übrigens auch noch die Preisdetails etwas genauer anschauen. Tarifdetails, das kann man machen, wenn man jetzt das Ganze noch nicht so oft auf jeden Fall gemacht hat. Und zum Schluss schaue ich aber auch nochmal auf das Ersparnis. Okay, der Tarif hier unten kostet mich jetzt ungefähr 1 Euro mehr. Das ist auf jeden Fall noch machbar. Und aus diesem Grund gehe ich jetzt hier einmal auf Weiter. Auf der nächsten Seite kann ich wieder auf Weiter klicken. Und dann muss ich mal all meine persönlichen Daten hier eingeben. Und falls man sich irgendwo unsicher sein sollte, dann helfen diese Fragezeichen auf der rechten Seite auch nochmal sehr gut weiter. Wenn wir das Ganze ausgefüllt haben, dann kann ich hier unten mal wieder mit gutem Gewissen auf Weiter klicken. Hier muss ich jetzt nämlich mal meinen derzeitigen Gasanbieter eingeben. Dann die entsprechende Kundennummer bzw. Vertragsnummer und auch meine Zählernummer. Diese Daten befinden sich normalerweise auf der letzten Stromabrechnung. Und wenn wir das eingetippt haben, dann möchte ich auch, dass mein neuer Anbieter beim alten Anbieter kündigt. Also diese Arbeit spare ich mir auf jeden Fall. Und natürlich möchte ich auch als gewünschten Lieferbeginn das Ganze so schnell wie möglich haben. Und danach kann ich wieder auf Weiter klicken. Als nächstes muss ich meine Zahlungsdaten angeben von dem Konto, wo auch das Geld abgebucht werden soll. Zahlungsart mache ich immer Lastschrift, ist für mich am einfachsten. Hier unten einfach mal die entsprechende IBAN eingeben. Im Kontoinhaber passt der soweit. Und da muss ich hier noch einen Haken setzen, dass ich auch die Einwilligung zum SEPA-Lastschriftverfahren auf jeden Fall machen möchte. Danach wieder auf Weiter klicken. Nun kann ich im letzten Schritt hier unten noch meine angegebenen Daten überprüfen bzw. auch abändern. Und wenn diese soweit passen, dann muss ich hier noch auf Kauf abschließen. Was jetzt nämlich als nächstes passiert ist, dass der Wechsel automatisch beantragt worden ist und in den nächsten Tagen wirst du entweder per E-Mail oder per Post von deinem neuen Gasversorger jetzt eine Vertragsbestätigung bekommen und von deinem alten Gasversorger eine Kündigungsbestätigung. Noch als kleiner Tipp, der neue Vertrag hat jetzt normalerweise eine Kündigungsfrist von sechs Wochen und diese sechs Wochen möchten wir im nächsten Jahr natürlich auf gar keinen Fall überschreiten. Aus diesem Grund mache ich mir immer persönlich gerne einen Termin in meinen Kalender und zwar genau drei Monate bevor der Vertrag abläuft. Also in meinem Fall wäre es jetzt am 1.9.2020 der Vertrag gestartet worden und da mache ich einfach am 1.6.2021 einen Termin herein, heißt zum Beispiel Gastarif wechseln. In deinem Fall kannst du dann natürlich an diesem Tag auch gerne nochmal das Video anschauen, falls du irgendwelche Schritte vergessen hast oder dir etwas unsicher bist und dann wirst du auch dein Gastarif nächstes Jahr und vor allem die Jahre drauf immer wieder automatisch wechseln können. Und somit haben wir den Vorgang jetzt auch schon richtig abgeschlossen. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.